Ihr wollt das Pico 4 OS Update 5.7.0 jetzt schon testen? Dann bleibt dran! Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico 4 OS Update Video. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR, egal ob Hardware News, Software News oder Gameplays und ja, heute geht es um die Pico 4, das neue 5.7.0 OS Update steht in den Startlöchern und ihr könnt es auch vorab testen, es gibt eine Testphase für User, die sich registrieren wollen, wie das funktioniert, das erkläre ich euch gleich. Es gibt eine Menge an Neuigkeiten und an Änderungen und ja, der kleine Kerl da ist Ben, vielleicht kennen ihn noch einige Leute von meinem Kanal, der war früher immer dabei und er wollte jetzt auch mal wieder dabei sein. Ja, es gibt sehr, sehr viele Neuigkeiten, die letzten Updates waren meistens so 4, 5 Neuigkeiten, das sind jetzt aber irgendwie 13 Änderungen, die gehe ich gleich wirklich mal mit der Liste mit euch durch, das ist einfach sonst zu viel und ja, dann zeige ich euch auch noch, wie ihr euch da registrieren könnt, damit ihr die Firmware-Update-Version da vorab testen könnt. Ihr müsst aber euch sicher sein, im Klaren sein, es ist keine Stable-Version, es ist eine Unstable-Version, eine Beta-Version, die beinhaltet immer noch Fehler, es können immer noch Fehler auftreten. Ihr könnt auch dann nicht einfach mal kurz zurückwechseln zur 5.6er-Version, also das solltet ihr euch schon im Klaren sein. Einmal wechseln und dann gibt es kein Zurück, bis die Stable-Version dann halt draußen ist. Das muss man sich gut überlegen. Ich gehe den Schritt jetzt, ich habe es leider noch nicht testen können, das dauert jetzt ein paar Tage, bis man dann freigeschaltet wird, aber ja, ich will die unbedingt vorab testen, da nehme ich die kleinen Bugs da auch in Kauf. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf die Homepage, wo das dann alles aufgelistet ist und erklärt wird, wie ihr euch da registrieren könnt und ja, dann gehen wir mal ganz kurz die Neuigkeiten durch. Ja, hier sind wir auf der Pico-Seite, der Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr dann gerne draufklicken und euch das auch mal selber anschauen. Ich habe das Ganze jetzt automatisch mal in Deutsch übersetzt, das ist für uns alle einfacher. Also die Testphase beginnt ab dem 28. Juni bis zum 11. Juli geht das Ganze und dafür kann man sich jetzt bewerben, um das zu testen. Und ja, das sind 13 Änderungen, das ist echt nicht wenig. Wir schauen uns das jetzt mal an. Punkt 1, Live-Vorschau wird jetzt für Screenshots und Aufzeichnungen unterstützt. Eine Ansicht im Dateimanager ist nicht erforderlich. Das heißt, Aufnahmen kann man sich dann wirklich, wenn man draufgeht, irgendwie live anschauen. Ich konnte es noch nicht testen, ich hätte es gerne vorab für euch schon mal getestet, vielleicht auch ein kleines Video dazu gemacht. Aber ja, da müssen wir jetzt erstmal auf die schriftliche Info nur eingehen. Aber Live-Vorschau kennt ja eigentlich jeder, wenn man irgendwo draufklickt. Zum Beispiel bei YouTube ist es auch aktuell so, wenn man da draufgeht, dann geht das Bild schon los und das ist eine Live-Vorschau. Ja, der zweite Punkt, neues vertikales Seitenverhältnis von 9 zu 16 für Bildschirmaufnahmen mit mehr Auflösung und Optionen. Und die Bildschirmaufnahme unterstützt jetzt Bitraten von 24 und 36 Bildern pro Sekunde. Und in 9 zu 16 ist ja dieses Handy-Format hochkant, was TikTok benutzt. Und ja, Pico, TikTok, die gehören nicht direkt zusammen, aber da gibt es natürlich eine Verbindung. Und dafür ist es natürlich gut, wenn man mit der Pico VR TikTok-Videos machen will. Und diese mehrere Bildschirmaufnahme-Optionen sind dann natürlich auch perfekt, auch für uns Content-Creator. Es ist ja sehr, sehr wichtig. Und der dritte Punkt, der gefällt mir am meisten, die neue Funktion Bildstabilisierung für die Aufnahme ist jetzt in den Einstellungen für die Bildschirmaufnahme standardmäßig aktiviert. Also es gibt jetzt auch eine Bildschirmstabilisierung und ja, das ist perfekt, weil wenn ich wirklich Aufnahmen mir teilweise anschaue von mir, wenn man schnell mit dem Kopf sich bewegt, dann ist es ja nicht schön für den Zuschauer, das Ganze sich anzuschauen. Und da ist eine kleine Bildschirmstabilisierung schon von Vorteil. Das wird jetzt auch da drin sein. Dann haben wir ein Video Player Upgrade, Enhanced Video Quality. Und ja, da ist einfach die Bildqualität von dem Video Player verbessert worden. Ist natürlich auch von Vorteil. Also auch schon eine sehr gute Neuigkeit. Dann können jetzt auch Bankkarten in Pass-Through-Modus gescannt und verknüpft werden. Ja, das kennt man auch von unseren Handys, wenn man sich da irgendwie Bankkarten einprogrammieren will in irgendeine Wallet oder so, fotografiert man die und dann ist die drin. Das soll jetzt auch dann möglich sein für die Pico 4. Ja, ich habe PayPal verknüpft. Das funktioniert super. Ich habe aber auch schon von vielen Leuten gehört, dass die Probleme haben. Da habe ich sehr, sehr viele Kommentare bekommen. Bei mir funktioniert das auf Anhieb und ich hatte überhaupt keine Probleme. Und ich hoffe, dass diese Probleme aber jetzt auch der Vergangenheit angehören und jeder PayPal nutzen kann. Das wäre natürlich super. Punkt 6. Hand-Interaktionen werden durch verbesserte intelligente Algorithmen umfassend verbessert. Werden Probleme bei der Fehlererkennung einschließlich Jitter und Flimmern der virtuellen Hand. Also, wenn wir unsere Hände so angeguckt haben, dass die so ein bisschen sich, ein bisschen gezittert, gejittert haben und auch geflimmert haben, das wurde jetzt stark reduziert. Und die Finger- und Bewegungsverfolgungen sind jetzt genauer und stabiler. Ist natürlich auch von Vorteil, dass dieses Erlebnis dann auch immer besser wird. Man sieht auf jeden Fall, Pico arbeitet sehr, sehr krass da dran. Die Updates, die werden immer größer und besser. Und ich finde das Betriebssystem jetzt schon, das 5.6, finde ich schon echt super. Aber dadurch verbessern die das nochmal enorm, finde ich. Muss man jetzt natürlich auch mal abwarten, wenn das dann wirklich draußen ist und dann, wenn man das mal ein, zwei Wochen getestet hat. So, die Systemversion unterstützt jetzt auch stille Updates. Das heißt, wenn meine Brille im Standby-Modus irgendwo liegt und es gibt ein Update, dann kann das Update auch durchgeführt werden. Vorteil, äh Vorteil, ähm Voraussetzung ist, es muss 50% Akkuleistung da sein. Darunter wird das Update nicht durchgeführt. Hat natürlich, äh muss eine Schutzfunktion da sein, weil, ähm, wenn, wenn nicht genug Akkuleistung da ist, ich sage mal 10% und, äh, der würde dann anfangen, das OS zu updaten. Dann würde der mitten im Flächvorgang, äh, würde der Saft ausgehen und, äh, man hat einen schönen Briefbesperrer und das nützt keinem was. Von daher hat das schon Sinn, dass das über 50% dann nur halt, ja, läuft. Ich weiß jetzt nicht, dass, ähm, ob das nur das System ist oder ob es auch noch Option gibt, dass ich sagen kann, bitte aktualisieren wir die Spiele automatisch im Standby. Äh, weiß ich nicht, muss ich dann auch mal testen, wenn das Update auch da ist. Aber schon mal, äh, von Vorteil, dass man nicht immer selber gucken muss, ist das Update jetzt da und so weiter und so fort, ist schon von Vorteil. Von Vorteil wäre natürlich auch, wenn das Update dann angekommen ist, äh, äh, das auch, es wird neu gestartet, wenn ich dann die Brille anziehe, dass dann kurz, äh, auch ein Fenster aufgeht, äh, ja, neue OS-Version installiert oder sowas. Das wäre natürlich auch cool. Muss man mal schauen, ob das auch so ist. So, Punkt 8. Sie können jetzt Spiele in der Mixed-Reality-Capture-App wechseln. Es wurde ein Symbol hinzugefügt, der es anzeigt, dass die Aufnahme läuft. Der Headset-Bildschirm bleibt während der Aufnahme eingeschaltet. Ich habe das Mixed-Reality-Capture immer noch nicht ausprobiert. Ich, äh, werde es definitiv mal machen, wenn ein bisschen mehr Zeit ist. Äh, waren, äh, ist sehr, sehr viel privat noch abgegangen und auch krankheitsmäßig. Ähm, ja, da hatte ich keine Zeit, aber ich hoffe, das wird jetzt wirklich besser. 23 ist nicht mein Jahr. Definitiv nicht. So, Punkt 9. Die Textklarheit im Raum-Erfassungsbildschirm wurde verbessert. Also, hier steht jetzt, äh, im Room-Capture-Modus die Originale. Hier, Room-Capture-Screen. Und ich denke, da ist gemeint, wenn wir, äh, die Durchsicht haben und, ähm, dann unseren Raum einscannen und sowas. Das ist wahrscheinlich das Room-Capture und da wurde die Textklarheit verbessert. Das, äh, vermute ich mal, dass es, äh, da dieser Punkt ist. Dann haben wir ja Punkt 10. Das Dock wurde um 15 Zentimeter abgesenkt und die Menü- und Benachrichtigungsleisten wurden entsprechend an optimalere Positionen verschoben. Ist halt unser, unser Fenster, was wir da immer vor uns sehen. Das wurde halt ein bisschen optimiert, angepasst. Muss mal schauen, äh, inwieweit das dann positiver ist für den einen oder anderen oder vielleicht sagt der andere, das alte war besser. Das muss man mal abwarten. Am meisten sind die, also bisher habe ich die meisten Updates immer gut gefunden, dass was so verbessert wurde. Auch bei anderen Head-Sets war das so. So, Punkt 11. Verbesserungen an der Browser-Leistung und einige Web-XR-Effekte werden jetzt besser dargestellt. Ja, ist auch gut, dass die Browser-Leistung, äh, verbessert wurde. Ich, äh, hab den Browser auch wirklich nicht großartig verwendet. Ähm, einzig alleine, das macht man ja über die, diese, diese Buttons, YouTube und so. Da gibt es ja keine eigenen, keine eigenen Apps. Äh, auch Netflix nicht. Da geht man ja auch über den Browser. Das habe ich mal gemacht, aber mehr habe ich damit auch noch nicht gemacht. Ich, äh, ich zocke halt eher damit. Und wenn ich irgendwas gucken will, dann mache ich das am PC. Da bin ich noch nicht so wirklich derjenige, der alles mit der VR-Brille macht. Äh, auch, ähm, alles andere so, Browsern und so. Das mache ich lieber wirklich am PC. Da bin ich noch old school. So, dann Punkt zwölf. Ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, wenn es Probleme gab da. Äh, ich hab das selber, ich glaube erst ein- oder zweimal, aber auch nur, wenn leichte Veränderungen im Raum stattfinden. Und hier in meinem Büro ist es immer so, äh, es liegt nie irgendwas am gleichen Platz. Und dann kam es, äh, schon mal zu Problemen. Und zwar, die Spielgrenze muss sich bei, äh, erneuten Betreten, äh, ab und zu ein bisschen, äh, ja, muss die weggedriftet sein. Dass die sich verschoben hat. Und, äh, das ist natürlich ärgerlich. Und dann muss man immer wieder neu einscannen. Und, ja, das soll jetzt wohl, äh, abgemildert worden sein. Äh, dass es nicht mehr so, äh, häufig passiert oder gar nicht mehr passiert. Das muss man dann mal, äh, abwarten. Ist natürlich, äh, auch ein Algorithmus dahinter, der wirklich den Raum dann scannt. Wo ist was? Und, äh, wenn man dann wirklich was verschiebt, ist halt auch schwierig für so einen Algorithmus dann zu sagen, bin ich jetzt in dem Raum? Ist, ist die Zone jetzt genau da? Und, äh, ja, da können nur Erfahrungswerte helfen. Und, äh, ja, das hat, äh, Pico jetzt natürlich auch genutzt. So. Auch ein wichtiger Punkt der 6, äh, DOF. Das ist ja, äh, Degrees of Freedom. Also die 6 Grade der Freiheit, dass ich mich überall, äh, bewegen kann. Und alles getrackt wird. Und, ähm, ja, da muss es ein bisschen auch ein leichtes Head-Tracking zittern gegeben. Hab ich auch mal festgestellt. Aber nicht so, dass es jetzt ein Game-Breaking-Ding wäre. Ähm, aber ist super, dass die da weiterhin dran sind. An dem ganzen Tracking, äh, dass nichts mehr zittert. Und, weil das zieht einen natürlich auch raus aus der Immersion. Und das finde ich, äh, echt, echt, äh, übel. Muss nicht sein. Von daher, äh, ist es gut, dass die da weiterhin updaten und verbessern. Ja, Leute, das sind 13 Punkte, ähm, für den einen oder anderen vielleicht unwichtige Punkte. Ich finde die jetzt alle sehr interessant. Äh, ich meine, auf dem Bankkarten, äh, Modus, äh, hätte ich jetzt verzichten können. Brauche ich nicht unbedingt. Vielleicht ist es für einige auch ein bisschen, äh, ja, ein gutes Gimmick. Und, äh, andere schreien wahrscheinlich jetzt auf, ne, äh, oh Gott, oh Gott, Datensicherheit. Ja, kann man natürlich auch sehen, äh, ist immer so. Dann darf ich das aber auch nicht hiermit machen, ne, äh, Google, Android, äh, ist egal, was ich damit mache. Eigentlich dürften wir es gar nicht. Also, wenn ich auf Datensicherheit stehe, müsste ich das jetzt, äh, sofort abschalten und wegschmeißen am besten. Weil, ähm, wir sind halt der gläserne Mensch. Das ist, ist Fakt. Da braucht sich keiner irgendwas schönreden. So, das nur zu dem Thema. So, jetzt aber zum Wichtigen. Wie bewerbe ich mich? Und zwar gibt es hier ein Formular. Ja, und hier steht einmal, dass wir hier die Seriennummer eingeben müssen. Die Seriennummer findet ihr in der Pico-App. Macht ihr einfach auf Geräte. Und in der Mitte steht das dann, ähm, Ich halte es jetzt mal ganz kurz hier rein. Hier, wenn man einmal hier auf Geräte gedrückt hat, dann ist hier in der Mitte steht dann halt die Seriennummer. Oder die steht auch auf eurem originalen Karton. Da könnt ihr die auch ablesen. Die gebt ihr hier ein. Hier steht aber auch nochmal erklärt, äh, wo ihr das, äh, findet. Und dann ganz wichtig, ihr müsst das hier akzeptieren, dass ihr da mitmachen wollt bei der, äh, Beta-Test-Application. Und hier steht auch ganz klar, wenn ihr da mitmacht, ihr könnt nicht zurück. Ich kann mal ganz kurz auf Deutsch auch übersetzen. Ist vielleicht auch dann nochmal für den einen oder anderen besser, wenn es überhaupt geht jetzt hier. Auf jeden Fall könnt ihr nicht zurück. Ihr müsst 18 Jahre alt sein. Das ist auch hier, äh, Punkt, dass ihr 18 Jahre seid. Und, äh, ja, dann könnt ihr testen. Ihr könnt auch Feedback geben. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Das war eine, eine Seite vorher. Da, ähm, gibt es dann die Erklärung, wo man Feedback abgeben kann. Aber ihr müsst euch im Klaren sein. Es ist hier eine Version, die Fehler beinhalten kann. Und ihr könnt dann nicht zurück. Wenn es dann richtig Probleme gibt, könnt ihr, also im schlimmsten Fall, weiß ich nicht, glaube, könnt ihr die, äh, Pico dann erstmal nicht mehr benutzen. Wenn es irgendwie wirklich so eine Art Game-Breaking-Bug ist, wo man Spiele nicht mehr starten kann oder sonst was. Aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus, dass es sowas gibt. Und, äh, aber selbst wenn es sowas geben sollte, meldet man das. Und ich denke mal, dass die dann relativ schnell daran arbeiten. Und dann auch eine neue, äh, Version dann auch rauskommt, die man dann wieder testet und so weiter. Dafür sind ja diese Beta-Tests da, dass, äh, man da wirklich dann auch dran mitmachen, mitwirken kann, äh, das Ganze zu verbessern. Ja, also hier Seriennummer eingeben, hier auf Bestätigen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr mitmachen wollt. Und auf Absenden und in ein paar Tagen, äh, wurde mir gesagt, ähm, wird man dann freigeschaltet. Immer mal wieder dann unter, unter System, äh, schauen, ob man da updaten kann. Ich weiß nicht, ob automatisch dann irgendwas aufkloppt. Und, äh, ja, dann kann es auch schon losgehen mit dem Test. Und hier ist auch erklärt, wo man Feedback abgibt. Und zwar, die Beta-Version ist nämlich die endgültige. Wenn Sie erfolgreich auf Pico 5.70 aktualisiert haben und bei der Verwendung Probleme auftreten, gehen Sie bitte zu Feedback in der Bibliothek, um Ihre Probleme, Vorschläge einzureichen. Danke für Ihre Kooperation. Also, da gibt es dann hier so einen Punkt, Feedback. Und da kann man dann halt wirklich, ähm, sagen, wo man Probleme hat, äh, was das Problem ist. Und dann arbeiten die daran und, ja, werden versuchen, da, äh, das so schnell wie möglich zu verbessern. Ja, das war es eigentlich schon. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ganze, äh, was jetzt alles verbessert wurde. Für mich natürlich als Content Creator, wie schön, äh, arbeitet jetzt die Bildstabilisierung. Das werde ich dann, äh, als erstes testen, wenn ich die neue Firmware habe oder das neue Betriebssystem. Ja. Ja, und hier sehen wir nochmal das, äh, Feedback, äh, ja, Dokument, sag ich einfach mal, wo wir dann sagen können, äh, ja, was das Problem ist und so weiter und so fort. Könnt ihr euch auch eine E-Mail-Lesson angeben, wo die euch kontaktieren können, wenn Nachfragen sind. Ich finde sowas super, wenn ihr da wirklich helfen wollt oder ihr seid sehr neugierig auf die neue Version, macht da einfach mit, äh, helft ihr dann Pico auch dabei und, ja, haben alle was davon. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen, war informativ für euch, hier ist auch nochmal der Ben, komm, stell dich auch nochmal vor, Ben. Ja, ja, das ist der Ben, der ist eigentlich, war das der VR-Kater schlechthin, er wollte immer dabei sein und, ja, jetzt ist er auch nochmal dabei. Ja, ich hoffe, für euch war es informativ, äh, ich finde solche, solche Neuigkeiten immer cool, ich gehe sowas gerne durch mit euch und, äh, ja, wie gesagt, wenn Feedback von eurer Seite ist, gerne unter die Kommentare. Ähm, wenn ihr da Kritik äußern möchtet, könnt ihr das auch gerne machen, konstruktive Kritik wird immer gerne gesehen und, ähm, aber wenn ihr das auch gerne machen, wenn ihr sonst irgendwas habt, könnt ihr auch gerne unter die Kommentare schreiben. Ja, wenn euch's gefallen hat, natürlich Like raus und jetzt auch einen Abo-Button drücken, würde ich sagen, dann unterstützt ihr meine Arbeit. Ähm, ja, ich bin motivierter dabei, momentan ist so eine richtige Stagnation von, von den Abozahlen her, aber ich mach trotzdem weiter, mir macht das Ganze natürlich Spaß, wird natürlich mehr Spaß machen, wenn man sieht, dass der Kanal auch so, äh, ja, langsam mal abgeht und, ähm, ja, vielleicht erlebe ich das noch, vielleicht auch nicht, wer weiß, aber, wie gesagt, es ist mein Hobby, ich hab Spaß dabei, ich denke, man sieht das auch in meinen Videos, dass ich da Spaß dran habe und das ist eigentlich das Wichtigste und der Ben hat auch Spaß, wenn man, wenn er hier mitmachen kann. Ja, Leute, dankeschön fürs Zuschauen, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.